hallo und willkommen zu einem neuen let's play von einem dunklen traurigen komischen lustigen exploration game ich habe keine ahnung was es ist es kostenlos auf steam das werde ich auch verlinken ich bin gespannt was das ist go ja okay komm zu dir ich bin aber nicht ich gehe wieder jacob jernholz alter 31 mit dem ort mit dort es fix ist bei Engjörg. Ich hab keine Ahnung. The static speaks my name. Heute wird ein besserer Tag. Und es ist 3 Uhr 22. Zu früh. Und schon aufstehen. Nee. Da hätte ich keine Ahnung. Use the Baton. Äh, ja. Wir haben Garnelen. Okay, den ersten Raum, den ich betreten will, ist auch wirklich das Badezimmer. Okay. Gut. Und sonst nur irgendwas drücken. Näh. Okay. Warum haben wir keinen Spiegel? Ja. Eigentlich. So. Erstmal aufs Klo. La la la. Ich pinkele. Ja. Willst du nicht spielen, oder was? Was? Gut. Dann. Erst zum Frühstück. Äh, Hände waschen. Duschen. Äh, was spielst du vom Assi, hä? Äh. Ja, und das Licht bleibt jedenfalls an, okay? Gut. Äh. Es gibt's ja kein Licht. Ich habe keine Lampe. Uiuiuiui. Das ist gruselig. Hohohoho. Mhm. Schöne Bücher. Nägel. Errode the mountain. Not's the least he can eat. Äh, heh. Faking Spanish. Postero Español. Empty woman. Die leere Frau. Shrimp. Pink gold. Okay, also das sind Shrimps. Okay. Achso. Gott. Und einmal. Ist nix drin. Schönes Bild. Wunderschön. Und hier genau das gleiche. Mei. So toll. Muss man nichts sagen. Meine Babys. Printed by Tico Professional Photography. Toll. So. Hm. Ne, da will ich jetzt nicht rein. Das ist mir zu gruselig. Not yet. Da will ich es nicht anziehen. Gut. Soll ich die Tür offen lassen? Ich glaube, es ist besser. Uganda and you. Jo. Hallo Uganda. Also, der steht wirklich auf dieses Bild. Oh, das ist viermal in der Wohnung. Schön. Kann man rennen? Nö. Muss ich ducken? Nee. Alter, ist das dunkel hier. Warum hat man fünf Fernseher hier rumstehen und wieso verbarrikadiert er sich? Das ist ein Schlüssel. Ich glaube, ich hätte den Schlüssel nicht nehmen sollen. Alter. Geht's hier hin? Alter, der ist teurer. Skit mit dem ab. Die Bahamas. Probable setting of painting. But where? The Bahamas are huge. Schön. Split shadow. Skit mit dem ab. Führt shadows don't naturally divert with a single light source. Possible optical magnetic disturbance. To do for hidden... Ah. Ah. Was man für die versteckte Tür tun soll. Zum Sicherheitsraum. Have lock on the door fitted so I can use my... Ausgehen, ja, den habe ich cool. Don't glue down light and upright books when they fall. Okay, irgendwo ist ein verstecktes Buch. Make books look casual on the shelves so people aren't... See page two. Okay, this is too formal. Das sind sechs Bücher. This is a good amount of casual. Also kleines Buch, drei große Bücher und zwei aufeinanderliegende Bücher. Und da, this is so casual, it looks fake. Ich versteh's nicht. Jedenfalls so schöne Bilder. Ich bleib jetzt mal hier. Das ist schön. Ne, tut mir leid. Das gefällt mir nicht. So. Hm. Also ist das die Sicherheitstür? Alter, was tue ich mir an? Wat ist dat? Handtuch? Ne Jacke? Wat ist dat? Wieso ist das so dunkel? Was sollen diese Bilder? Überall. Immer das gleiche Bild. Alter. Ich will ja nicht lang gehen. Scheese. Could it be manmade? If so what are the... Implations. Alter, ey. Computer. Ach komm. Mom, I guess I am supposed to write an 8. Note. Lesen. I don't want you to blame yourself. With that gone, I'm sorry. I have to leave you too. Please don't be angry with me. Okay. Alles klar. Das einzige, was man lustig nennen könnte, wäre, dass er überall das gleiche Bild hat. Aber, äh, äh, police have few needs in Local Painter. Bin das ich, oder bin das nicht ich? Obamacare? Obamacare. Tim Allen Comedy Special Delight Savings. Okay, das ist vielleicht das lustige dran. Ne, ich will den Kühlschrank nicht aufmachen. Aha. Nimm mit. Ich töte mich. Alter. Gratze, realist. Food, light bulbs. I have forgotten three times, so please remember. Please. Do I need more paint? Ne. Ich glaub, das könnte jetzt mal reichen. Alter. Scheiße. All electricity goes to our guest and case of emergency. Was für ein Gast? Achtung. Ne, ich weiß nicht. Okay. Rancher of electric shock. Ja, gut. So, also, Essen. Okay. Ja, Kühlbirnen. Ja, auch nicht schlecht. Und mehr Gemälde. Ah ja, ich glaub, das reicht noch nicht. Da müssen wir uns noch mehr kaufen. Alles klar. So. Ja, ja. Ich will den Kühlschrank nicht aufmachen. Warum will ich den nicht aufmachen? Irgendwas? Nee. Wirklich nicht. Ah. Okay. Ist es leer. Shrimp. So. Gut. Dann nehmen wir Shrimps. Boah, ich will ja nicht mehr zurück. Diese Bildschirme da. Da hängt auch noch so ein Bild. Alter. Was war das jetzt? Was geht mit diesen Bildschirmen ab? Da. Zum Glück kann man damit nichts machen. Also, das ist, da ist bestimmt dieser versteckte Raum. Boah. Alter. Da ist nochmal. Ich brauche Schlaf. Müde und müde. Müde. Müde, müde, müde. Scheiße. Äh. Äh. Mal zu. Müde es zu machen. Alter. Soll ich da reingehen? Komm. Oh Gott. Okay. Was ist das? Bitteschön. Was ist das hier? Ich bin ja weg. Nee. Oh oh. Was hab ich gemacht? Äh. Was mach ich hier? Äh. Hallo? Irgendwo geht eine Tür auf, wenn ich diesen Schalter drücke. Alter. Was ist das? Was ist das? Wahrscheinlich die Tür, oder? Nö. Das ist irgendwo eine versteckte Tür. Also noch eine versteckte Tür. Boah. Was soll das sein? Also dunkel. Ja. Es ist dunkel. Traurig. Äh. Ja. Auch. Komisch. Auf jeden Fall. Lustig. Äh. Nö. Nicht wirklich. Alter Verwalter. Ne. Boah. Leck. Höh. Äh. Ich kann da nicht rein. So. Was ist mit diesem. Da kann man. Nix machen. Eat shrimp. Äh. Nö. Warum? Nö. Okay. Okay. Eat another shrimp. Ne. Boah. What is dat hier? Woll ich das aufmachen? Nö. Heute wird ein besserer Tag. Bei Babys. So. Ich hab eins gegessen. Ich hab nur eins gegessen. Chat online with friends. Okay. Dann chatten wir mal ein bisschen. Ich kann da nicht rein. Ach. Das war. Ich vertraue diesen Monitoren nicht. Tut mir leid. Was machen die Nägel hier? Wieso verbarrikadiert er sich? Was stimmt mit diesem Kerl nicht? Ach. Wat soll dat? Ich check's nicht. Was geht mit dem ab? Und was soll das hier? Bitteschön. Also umbringen wollte sich anscheinend. So. Hier. Haben wir gemacht. Gegessen. Glühbirnen haben wir immer noch nicht. Ja. Ich kann ja auch nicht raus. So. Ich soll chatten. Wat ist in der Spülmaschine nix? Ja. Fernbedienung. Ohne. Na gut. Fernseher haben wir ja genug. Okay. Also. Ich soll chatten. Was steht denn da? Ich kann's nicht lesen. Use Computer. Ja. Das haben wir schon. Das ist. Wer ist das? Sind das seine Freunde? Ich kann keine Glühbirnen kaufen, wenn ich keine Lampen hab. Okay. Dann chatten wir mal. Ich will's nicht, aber okay. Diese Musik. Ja, genau. Hi, handsome. How are you doing? I'm okay. How are you? I'm horny. Press G to say you've impressed everyone who believed in you. So you can feel the atoms in your body waking up. Was machen wir denn? Ach, ich kann die Atome in mir spüren. Ha. I trust. Never mind. I'm touching myself. Okay. Do you want to see? Press G to say you're about to do something. Horrible. Was age to admit you saw your reflection by... With a shovel. Ehh. Mama kia. I don't know. Maybe. But. I'm thinking about how big you are. It's making me wet. Send me your ZZ. Info baby. I want you to catch my... Me cum. Okay. Alles klar. Clean the microwave. Okay. Clean the microwave. I need a paper towel. Paper towel. And I clean the microwave. Yeah. It's clean. Nice one. Decide what to do with the man... Was? Ach so. Das ist ein Typ. Bin ich eine Frau? Oder bin ich ein Mann? Hallo? Äh. Matt? Matt? Electric crew. The man in the... Was? Ach. Okay. Return to your room and let your body rest. Was? Ach. Das war wirklich ein Mensch. Das war keine Puppe, wie ich dachte. Sondern ein Mensch. Okay. Äh. Psycho? Hallo? Das ist doch kein Mensch. Hallo? Wie schläfst du? Hallo? Du hast dein Shrimp nicht gegessen. Ich glaube, ich muss dich töten. So ein schönes Bild. Ach. Toll. Wunderschön. Ich glaube, ich muss mehr davon machen. Ach. Ja. Okay. Dann. 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 Alter. Äh. Für was braucht man das? Alter. Nee. Echt. Es ist immer noch 3,22. Okay. Ich will das irgendwie alles nicht machen. Was tue ich mir hier an? Ich kriege die Töne nicht mehr zu. Okay. Geh schlafen. Du bist ja so müde von Mikrowelle putzen und mit den perversen Städten. Hallo? 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 Schwimmbäßen? Wesen? Auch nicht. Bilder angucken. Nö. Bett. Ich dachte, ich soll mich ausruhen. Ich dachte, ich soll mich ausruhen. Joah. Okay. Gut. Kannst du ruhen? Ich kann mich nicht ausruhen. Ah. Fähdenbieterung kann ich auch nicht nutzen. Hä? Habe ich irgendwas... Habe ich mich verlesen? Ja, ich weiß, dass der Kühlschrank leer ist. Hä? Hm. Okay. Ich will nicht einmal... Ach, da ist eine Lampe. Uiuiui. Doch so ein Luxus. So. Wart. Wart. Hier soll ich zu den Typen da reingehen? Benjamin Franklin. Okay. Das kann ich auch nicht so machen. Ja. Was soll ich jetzt machen? Habe ich mich verlesen? Kann ich dann nochmal nachgucken? Was ich machen soll? Nö. Kann ich denn? Ich kann nichts tun. Äh, ja. Irgendwas mache ich falsch. Das weiß ich jetzt schon. Ha 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 ha. Geistertür. Geistertür. Ich kann auch nicht hinsetzen. Was mache ich jetzt? Ja. Was mache ich jetzt? Ja, es ruhen. So, und jetzt? Es geht nichts mehr. Ja, gut. Okay. Ich weiss nicht weiter. So. Die schönen Bilder. Ja, und jetzt? Ich kapiere es nicht. Hallo. Spülmaschine. Mikrowelle. Ist gesäubert. Tücher brauche ich auch nicht. Hier gibt es auch nichts. Ja, gut. Alles klar. Muss ich vielleicht die Türen zumachen? Ach, vielleicht kann ich... Habe ich die Tür zugemacht? Nee, habe ich nicht. Vielleicht kann ich... Nee, das habe ich auch schon ausprobiert. Ist doch falsch. Ich kann nicht springen. Ich kann gar nichts mehr. Vielleicht muss ich auch die Tür zumachen. So, und jetzt? Kann ich jetzt schlafen? Nö. Nö. Was soll ich machen? Hm. Okay. Oder war das... das Spiel? Es geht nichts mehr. Was? Irgendwo ist da eine Tür versteckt. nicht. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Okay, einfach nur... Ja. Da ist auch eine Lampe. Ist auch eine Lampe. Kann ich malen? Nö. Vielleicht muss ich ja... Nee. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Müde, 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 müde. Ja, ja. Gut, dann... Ich kopiere es echt nicht. Was ist mit diesem Scheißbildschirm? Hallo. Tut mir leid, wenn es sich so zieht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe nicht gescheit gelesen. Oder verlesen. Ich dachte, ich soll mich jetzt ausruhen im Bett. Aber... Nee. Ich kann doch nichts mehr machen. Trieche... Ja. Ist nichts mehr. Unser Gast in der Zelle der Sicherheit. Ja. Ja. Das war dieser komische Typ da. Den habe ich jetzt gekühlt, glaube ich. Aber das mit der Schlaufe hier. Ich töten. Nö. Ja, hier ist auch nichts drin. Äh. Ich verstehe es nicht. Nö. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Nö. Nein. Pant. Signature found. Aha. Achso. Der untersucht dieses Bild. Ja. Er ist gemalt hat. Also so. Hier, wir helfen bei. Oh. Juxta Potion. What does it mean? Aber was meint der? Ja, das weiß ich auch nicht. The Lord's Day. Was soll das hier, Mann? Was will der mit diesem Bild? Was soll das heißen? Lines of Influence. Lines of Influence. Laker Hand of God. Die Hand Gottes. Emil. Ich verstehe es nicht. Ja, das haben wir schon gemacht. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das verstehe ich nicht. Dazu. Ah, Juxtus. Jetzt. Ah, okay. Ich töte mich. Okay. Alles klar. Ich bin tot. Okay. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, kommentiert. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.